Moin, Zoo of Dreenox wieder hier. Ich habe jetzt ein bisschen abgewartet, weil eben ist ja nicht wirklich viel passiert. Es waren so gut wie keine Leute hier. Eben standen hier vorne jetzt drei oder vier Tanks und haben den Gunstore beschossen. Das scheint wohl eine Gruppe zu sein. Ich habe einen davon angehittet, als er ausgestiegen ist. Einen anderen habe ich jetzt eben getötet. Die Tanks sind jetzt über diese Straße hier vorne abgehauen runter zum Generalstore. Mal gucken, ob diese sogar gar markiert sind. Ja, ein Kuma scheint wohl markiert zu sein. Ich dachte, ich starte jetzt mal wieder die Aufnahme. Weil es scheint wohl jetzt wieder etwas mehr los zu sein. Hier vorne ist einer der Tanks. Ich hoffe, er sieht mich gerade nicht. Ah, sehr geil. Ah, ich glaube, hier ist ein Gegner. Schnell mal das Visier wechseln. Nee, shit. Da. Es ist halt scheiße, dass ihr den Einbau... äh, äh, den Eingang hier vorne, den haben sie zugebaut. Dementsprechend... ... ...müssten sie immer auf die Rückseite rein. Das ist natürlich ein bisschen negativ für mich. So, ich hoffe, der eine, den ich eben getötet habe, ohne Aufnahme. Sniper? Eventuell war hier gerade ein Sniper. Ja, hier ist ein Eingang Schreiber. Ja, hier ist ein Eingang Schreiber. Wo? Fuck. Die Tanks kommen, glaube ich, wieder zurück. Das ist das Geile. Mir ist schon eben aufgefallen, dass die, äh, hier ständig der Meinung sind, dass sie aussteigen müssten. Und, äh, wir werden uns das gleich ein bisschen zunutze machen. Und, äh, wir werden die Jungs dann abknallen. Fährt er hier gerade hoch? Geil. Fuck, das Sniper kommt irgendwie unter mir. Ich wechsle mal das Ding, falls sie gleich aussteigen müssen, wenn sie nochmal getroffen werden. Und sie hochrein, dass ich sie gleich erledigen kann. Wo kommt der Sniper her? Okay, einer ist, glaube ich, gerade verletzt worden. Ich weiß nicht, ob die zu zweit waren. Mal gucken, ob gleich einer hier den Berg hochrend. Wo kam der Sniper her? Wo kam der Sniper her? Okay. Shit, dass ich den verfehlt habe, ey. Kacke. Wo ist der Sniper? Der sitzt irgendwo direkt neben mir. Ich hab gar keinen Bock, dass er mich schießen hat. Wo ist der Sniper? Wo ist der Sniper? Jo, den haben wir. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, die looten das Geld von denen anscheinend Meine Güte, ist das laut Achtung, das ist gut Oh, ist das ein feindes Eilig? Oh, scheiße Ach du Kacke, die steigen die gleich aus Wenn die noch einen Hit kriegen, dann steigen sie aus Oh, fuck Oh, das scheint meiner zu sein Er entscheidet sich immer zwischen Fahren und Schießen Und der Sniper sitzt dann auf dem Weg, den hole ich mir danach Das Problem ist, dass seine Kollegen, die wahrscheinlich gerade irgendwo spawnen Natürlich in diesem Tank, dann steigen Das heißt Das heißt, die werden bestimmt gleich von irgendeiner Richtung Oh, nee, egal, das ist wrong Oh, Adrenalin hier, schieße Oh, nee, egal, das ist Das war's für heute. 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 Na komm, schieß nochmal. Komm schon. Na los. Das war's für heute. Das war's für heute. So, den Sniper haben wir schon mal gekillt. Das ist hier endlich Ruhe. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Wow. Wow. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.